Dieser Videoclip erklärt, welche Wirkung die Parameterübertragung von Elementen auf die Verknüpfung ihrer Geschosse hat. Bei der Durchführung von Parameterübertragung im Grundriss werden die Einstellungen des Ursprungsgeschosses und des Geschosses mit Oberkantenverknüpfung sowie beide Abstandswerte zwischen den Elementen übertragen. Als erstes nehmen Sie die Parameter dieses Elements mit der Verwendung der Pipettenfunktion des intelligenten Cursors auf. Dann können Sie die aufgenommenen Parameter mit der Verwendung der Spritzfunktion des intelligenten Cursors in ein anderes Element eingeben. Alle vier vorhin erwähnten Parameter, das Ursprungsgeschoss und das Geschoss für Oberkantenverknüpfung sowie beide Abstandswerte, sind übertragen. Bitte beachten Sie, dass die aufgenommenen Einstellungen des Ursprungsgeschosses als relative Werte eingespritzt werden, je nachdem, in welchem Geschoss Sie die Parameterübertragung begonnen haben. Wenn Sie zum Beispiel die Parameter eines Elements auf Geschoss 1 mit dem Ursprungsgeschoss 0 aufnehmen, dann betrachtet Archicad, dass das Ursprungsgeschoss des Elements ein Geschoss unter dem aktuellen Geschoss ist, wo Sie mit der Übertragung begonnen haben. Wenn Sie also die Parameter in ein anderes Element, das sich auf dem Geschoss 2 befindet, einspritzen, wird das neue Ursprungsgeschoss des eingespritzten Elements das Geschoss 1 sein, da es ein Geschoss unter dem aktuellen Geschoss des Elements ist. Bitte beachten Sie, dass der Status eines Geschosses mit Oberkantenverknüpfung verknüpft bzw. nicht verknüpft auch aufgenommen und übertragen wird. Wenn Sie also die Parameter einer Wand aufnehmen, deren Geschoss für Oberkantenverknüpfung als nicht verknüpft eingestellt ist, dann wird beim Einspritzen der Parameter in eine andere Wand auch dieser Status übertragen. In der 3D-Ansicht funktionieren die Parameterübertragungen ganz anders. In der 3D-Ansicht werden die Einstellungen des Ursprungsgeschosses aufgenommen, aber sie werden nie eingespritzt. Wenn Sie also die Parameter in der 3D-Ansicht übertragen, dann ändern sich die Einstellungen des Ursprungsgeschosses des Elements, in das die Parameter eingespritzt werden, nicht. Die Parameterübertragung funktioniert im Schnitt, Ansicht und Innenansicht auf dieselbe Art und Weise wie in der 3D-Ansicht. Sie haben die Möglichkeit, für die Parameterübertragung zwischen Elementen eigene Einstellungen zu bestimmen. Bei den Präferenzen der Favoritenpalette können Sie die Einstellungen, die Sie zwischen Elementen übertragen möchten, beliebig bestimmen. Im Dialog Favoritenpräferenzen sehen Sie die Wand-, Stützen- und Raumparameter als neu verfügbare Parameter von Oberkantenverknüpfung, Oberkantenabstand, Ursprungsgeschoss und Ursprungsabstand. Sie können jeden von diesen Parametern aktivieren, um sie in der Parameterübertragung zwischen Elementen auszuschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017